Hubert K. haben sie gewählt. Von 0 auf 2 kam diese Gruppe beim letzten Mal mit dem Titel Rosemarie von 0 auf 2. Hubert K. Rosemarie, rote, 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 Rosemarie. Du, nur du. Tanzt bitte, tanzt bitte, tanzt bitte, tanzt mit mir, Rosemarie. Du, nur du. Ich steck dir rote Rosen an. Wir spielen dann Frau und Mann. Ich bin jetzt König dieser Stadt. Fast die Kunstschar ist für eine Nacht. Du, wir gehen Hand in Hand. Du, in der Scharaffen Land. Oh, die rote, 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 Rosemarie. Du, nur du. Fühl, bitte, fühl mich, fühl mich, bitte, fühl mich, Rosemarie. Du, nur du. Ich baue dir jedes Schlösser aus der Kröl. Wir spielen dann Frau und Mann. Ich bin jetzt König dieser Stadt. Fast die Prinz Charles für eine Nacht. Du, wir gehen Hand in Hand. Du, wir machen Scharaffen Land. Wir gehen Hand in Hand Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hubert K. und die Rosemarie, erste Platte und gleich ein Riesenhit. Hubert, Gratulation, ich drehe die zwei mal so, damit man auch sieht, wie das aussieht. Mikrofon ist weitergegeben worden, alles klar. Goldene zwei für dich und für deine Truppe. Nun weißt ja keiner, wer die andere sind. Du bist der Hubert K., ich gebe es dir. Wer sind die anderen denn, stellst du dir mal vor? Das ist Klaus K. am Bass, Markus K. an der Gitarre und Nico K. am Rhythmus. Und vor lauter Erfolg ist der ganz blass geworden, ne? Ja, der Markus, der ist immer so blass. Ist immer so blass? Immer so blass. Aha. Alles Gute für euch, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und spätestens Wiedersehen am 19.06. gegen 23.30 Uhr nach dem aktuellen Sportstudio in Ihrem Programm im ZDF. Neue deutsche Welle, Rockpop im Konzert. Dankeschön Hubert. Dankeschön. Meine Damen und Herren, weiter jetzt.